Die Frage nach einem Leben nach dem Tod ist eine philosophische und religiöse Fragestellung, die seit jeher intensiv diskutiert wird. Es gibt unterschiedliche Ansichten und Glaubensvorstellungen in verschiedenen Kulturen und Religionen. Aus religiöser Sicht glauben viele Menschen an die Existenz eines Lebens nach dem Tod. Diese Vorstellungen variieren jedoch stark je nach Glaubensrichtung. Zum Beispiel glauben viele Anhänger des Christentums an ein Leben nach dem Tod im Himmel oder aber in der Hölle, wenn es schlecht kommt, während im Hinduismus und Buddhismus der Glaube an Wiedergeburt und Karma weit verbreitet ist. Von einer wissenschaftlichen Perspektive aus betrachtet gibt es bisher keinerlei empirische Beweise für ein Leben nach dem Tod. Das Konzept des Lebens nach dem Tod liegt außerhalb des Bereichs, den die Wissenschaft durch Beobachtungen, Experimente und Beweise erforschen kann. Die Frage nach einem Leben nach dem Tod hängt stark von den persönlichen Überzeugungen, Glaubenssystemen und kulturellen Hintergründen ab. Unterschiedliche Menschen können unterschiedliche Ansichten dazu haben und es liegt in der individuellen Entscheidung, was man persönlich glauben möchte. Die Frage nach dem Leben nach dem Tod ist bis heute unbeantwortet.